Die Grünen! Die Grünen! Die Grünen! Servus zusammen, herzlich willkommen hier in Distelhausen. Wir sind die Partyvögel und wir geben heute hier beim Brauereifest richtig Gas. Wir freuen uns alle, dass wir heute hier sein dürfen. Wir bedanken uns bei der Distelhäuser Brauerei, die uns für dieses tolle Event hier gebucht hat und wünschen euch allen hier viel Spaß, eine geile Stimmung mit uns, mit den Partyvögeln. Auf geht's! Musik 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 Zu meiner Rechten seht ihr eingearmt in diesem Stahlgerüst einen Baumstamm und die Mutigen unter euch, die dürfen diesen Baumstamm auch gerne erklimmen und als kleines Dankeschön, wenn man denn oben eine Glocke angeschlagen hat, erhält man auch ein leckeres Distanzerbier. Also die Mutigen, Schönen, Netten, wie auch immer ran an den Stamm und hochgeklettert. Gibt eine gute Stimmung. Musik 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 Ich fand es nicht so schwer. Ja, die Füße nacheinander ziehen und schieben mit den Füßen. Barfuß geht das ganz gut. Na ja, ich denke mal durchs Turnen kann man viel, also die Füße hat man gut treppen und dann mit den Füßen immer hochstoßen und dann geht es. Musik Ja, ich habe mich immer noch oberorientiert. Es beruht oft jahrelang im Training, was ich hier abgeliefert habe. Ich habe mich da schon mental auf die ganze Geschichte hier vorbereitet. Das ist einfach das Ereignis des Jahres für mich, dass ich auf den Scheißbohnen hochgeklettert bin. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein wunderschönen guten Abend! Jeder, der nicht hier ist, hat was verpasst! Es ist ein Muss hierher zu kommen, man muss es erlebt haben, es macht Spaß. Ich komme jedes Jahr gerne hierher. Es ist ein Muss hierher zu kommen. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.